Oder ist hier einfach nur... Aha. Lol. Erstmal fährt er den Alarm verhindert, aber... Hm, jetzt interessiert mich doch wieder. Okay, hier müssen wir auf alle Fälle lang. Aber jetzt interessiert mich, was hinter dem Portal war. Menno. Mensch. So. Auf, auf und davon. Ins Portal. Das ist echt nur so ein Energiespender. Gut zu wissen. Sollen wir es auch noch kaputt machen? Ich weiß nicht. Ich hab keinen Bock, dass wieder da komische Viecher auf uns losgehen. Impressiv. Du bist anders. Was? 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 Eine Art von experimentieren für sie? Nein, Sie sind nicht. Die Accounts sagen, dass wir eine Art von Food-Source für sie sind. Food-Source? Sind Sie wirklich? Sehr. Es scheint, dass unsere Reise auf diesem Planeten ist, damit wir sie für Food-Source können, wenn sie durch unsere Teil der Galaxie passen. Das ist ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Absolut. Wahrscheinlich, wir sind nicht die einzige Welt, die sie auf diese Weise haben. Die Legende, die ich habe, von Red, sprechen über mehr Worlds-Source, die serve als Food-Sources, während diese Aliens gehen von Platz zu Platz. Ah! Sie haben nur einige Leute, eher als alle uns? Genau. Sie nehmen nur was sie brauchen, wenn sie durchführen. Wann werden sie zurück? Ich glaube, sie haben nicht verlassen. Sie sind noch hier? Oh, ja. Die Legende scheint zu zeigen, dass sie für wenige Monate bleiben, und manchmal hier. Sie nehmen die Food-Source, bevor sie auf die nächste Welt gehen. Sie haben es hier gehört, Leute. Bleiben die Tür und die Fenster locken, wenn Sie irgendwelche strange Lichter sehen. Von der High Desert, das ist Art Bell. Oha! Oha, okay. Ich bin gespannt. Auf dich sowieso. Oh. Hm. Yo, Brochacho. Alles nice bei dir? Hm. Oha! Okay, der Brochacho das nicht so awesome. Zwei Brochachos! Na me gusta! Oha! Oha! Okay, okay, alles cool. Alles cool, mir geht's gut. Oha! Oha! Ja, kaputt machen da drin, bin ich gut. Oha! 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 Hallo! 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 Warte, hier war doch grad was. Hier, ein schwebendes Partikelchen. Das hat was zu bedeuten. Man kann's ja von der anderen Seite sehen. Hm. Was jetzt? Muss ich da unten hin? Ähm. Ähm. Zurücklaufen jetzt einfach? Gott damn! Ich kann's gar nicht sehen. Ja, ich weiß, wer hier ist. Ah! Eigentlich war ich die Munition hier. I see you. I see you. I see you. Nein. Ich kann's nicht sehen. Wie soll ich kämpfen? Ja, ja. Es geht doch voll. Ich muss was rauskommen und mich hochschleudern. Was? Aber wie? 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 Wie klingt denn der neue Wecker bei iOS 7? Standard I. Ist ja eklig. Ähm. Tja, das Geheimnis mit dem... Ding. Müssen wir wohl nächste Folge lösen. Äh. Wie, wie... Oh, ist dunkel. Schön. Danke fürs Zuschauen. Ähm. Abonnieren. Kommt mit ihren Schöpfers ein bisschen weiter nach. Haut rein! Was geht, Leute? Es geht weiter mit Let's Play Prey und so. Ähm. Jetzt muss kurz der Screenshot-Button da weggehen. Ähm. Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich aufnehme. Einen Moment. Da muss ich mal kurz was checken. Äh. Einen Moment. Okay. Ich bin mir sicher, dass ich aufnehme. So. Feuerzeug bitte. Äh. Wie war das? Ich muss da irgendwo hin, ne? Da oben rauf. Und hier komm ich nicht durch. Rätsel und so, ne? Rätsel war angesagt. Ups. Ah. Superschweres Rätsel. What? What the fuck? Nein. Eigentlich eher so hier. Genital von kaputt. Nope. Und was ist das? Toll. Na, klasse. Jetzt haben wir mal wieder genital ohne Ende. So, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Na ja. So, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Na ja. Perfekt. So war das Ganze geplant. Und. Schwerkraft. Da bin ich mal gespannt. Ich hab jetzt lange... Oh. Sau. Genius. Was? Was? Wir wissen, was da steht. Okay. Okay. Kraftfeldausfall. Ähm. Ich würde irgendwas erzählen, aber scheiß drauf hab ich vergessen. Nice. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Ein bisschen Angst. Looks like they fix the power. Kommst du her, Würstchen? Aus deinem... Hotdog? Fuck. Da will noch einer spielen. Au. Okay. Er kann gut spielen. Was? Ähm. Noch einer? Nein? Okay. 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 Doch noch einer. War's das jetzt? Äh. Sag mir erst, dass es war... Okay. Was? 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 Ich glaub, ich nehm hier lieber den nochmal mit. Ich mein, man weiß ja nie, ne? Hm. Ach, die Waffe hab ich auch noch vergessen. Warte, was... Was könnte die da nochmal? Ah. Ich erinnere mich. Au. Fuck. Fuck. Besser. Nicht besser. Ich bin gleich tot. Ich. Fuck. Schieß doch. Schieß! 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 Ähm. War das so geplant? Ich glaub, da werden wir noch rausfinden, was das jetzt bringt. Oh, 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 oh. 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 Äh. Oh. So lange, bis wir was gewinnen. Oh. 27 Credits. 27 Credits. Okay, setzen wir mal... Zehn. Acht. Zehn. 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 So. Das sind zehn. So. Das sind zehn. Achso, drei Früchte, verstehe. Das ist übrigens das Zeichen von den Entwicklern, also von Human Head Studios. Wollte nochmal anmerken, komm schon. Ach geil, Munition bekommen, genau. Wie, lol. Ach, ist meine Munition Einsatz oder was? Habe ich jetzt Munition verloren? Nope. Aber ohne Spaß, das ist witzig. Yay.